Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Kaffeezubereitung. Als unser Freund James aus Taiwan mir den von ihm neu entwickelten und patentierten Kaffeefilter zeigte, war ich sofort begeistert. Yamamoto und Co. aus Luzern haben das Design entwickelt und so wurde unser Baby, die Aka X-Actu, für Karl Henkel geboren.